Diese Bildzeit ist schon, der 11. September 2001, der Scherlaken und für die Amerikaner der traurigste Tag. Ich läute nun mit der Speziosame einer Totenglocke diesen Tag ein, anschließend eine Schweigeminute und dann anschließend noch das Trauergeläute von Sankt Vincenz. Dann noch 30 Sekunden und nachher noch ein Sondergeläubt, der Gloriosa. Wir gedenken nun den Abfug von 11. September 2001. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020